Hallo, wir haben heute hier etwas sehr interessantes liegen und zwar von der Firma Schätz. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas davon gehört habt. Auf jeden Fall wird diese immer populärer, würde ich mal sagen. Und verbreitet sich immer mehr und wendet sich natürlich auch an die Leute und will die Sachen an den Markt bringen. Ja, und hier handelt es sich um den wasserlichen Scheinwerfer mit 7x18 Watt RGBW, Ember und UV-Ledys. Ja, 18 Watt, also 7x18 Watt, da kommt schon einiges an Licht drauf. Ja, ich würde sagen, wir gucken nochmal rein was da drin ist. Schön mit Schätz. Und da kommt uns entgegen einmal zwei Haltebügel, die auch echt stabil sind. Also da kennt man andere Läden, die das nicht so haben. Dann kommt uns entgegen Befestigungsschrauben für die Bügel. Dann kommt uns schon, oh eine Menge Kabel. Einmal ein Kabel von wasserdicht quasi auf ID-MX. Und der Scheinwerfer an sich. Mit einem sehr langen Zulatungskabel. Da ist er schon. Der Scheinwerfer. Wenn wir mal gucken, sieht der echt und fühlt sich auch sehr 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 solide an. Hinten steht nochmal Schätz drin. Also ich muss sagen, der sieht sehr 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 gut und sehr sehr solide aus. Druckgussgehäuse. Hier haben wir dann die ganzen Ein- und Ausgänge. Das ist Strom Input. Strom Input. Das ist Strom Output. Das ist DMX Input. Und das ist DMX Output. Ja, ich würde sagen, ich baue den mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist es, was wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.